Wenn ich ureins nur wär, müsste ich mich nicht mehr schämen. Wird der ewigen Wiederkehr gern mich anbequem. Liefe auf bestimmter Bahn, stimmend im Geräte. Tät, was gestern ich getan, was ich morgen täte. Niemand wüsste, wer ich bin, sollte nie erfahren. Wer im dunklen Anbeginn meine Eltern waren. Dass ich winzig einst im Schoß wie ein Fisch geschwommen und als blutiger Erdenkloß auf die Welt gekommen. Statt im Ofen durchgeglüht und gestanzt von Dingen mit gepanzertem Gemüt unter euch zu springen. Kapitel 1 Erste Begegnung mit der prometheischen Scham Der heutige Prometheus fragt, wer bin ich schon? Ich beginne mit einigen Tagebucheintragungen aus Kalifornien. 11. März 1942 Glaube, heute Vormittag einem neuen Pudendum auf die Spur gekommen zu sein. Einem Schammotiv, das es in der Vergangenheit nicht gegeben hat. Ich nenne es vorerst für mich prometheische Scham und verstehe darunter die Scham vor der beschämend hohen Qualität der selbstgemachten Dinge. Schloss mich mit T einer Führung durch eine hier eröffnete technische Ausstellung an. T benahm sich aufs Eigentümlichste. So Eigentümlich, dass ich schließlich nur noch ihn beobachtete, statt der Apparate. Sobald nämlich eines der hochkomplizierten Stücke zu arbeiten begann, senkte er seine Augen und verstummte. Noch auffälliger, dass er seine Hände hinter seinem Rücken verbarg, so als ob er sich schäme, diese, seine schweren, plumpen und obsoleten Geräte in die hohe Gesellschaft, der mit solcher Akkuratesse und solchem Raffinement funktionierenden Apparate gebracht zu haben. Aber dieses, als ob er sich schämte, ist zu ängstlich. Das Benehmensbild war eindeutig. Die Dinge, die er als exemplarisch, als ihm überlegen und als Vertreter einer höheren Seinsklasse anerkannte, spielten für ihn wirklich die gleiche Rolle, die Autoritätspersonen oder anerkannt höhere Milieus für seine Ahnen gespielt hatten. In seiner fleischlichen Töpelhaftigkeit, in seiner kreatürlichen Ungenauigkeit, vor den Augen der perfekten Apparaturen stehen zu müssen, war ihm wirklich unerträglich. Er schämte sich wirklich. Versuche ich, dieser prometheischen Charme nachzugehen, so erscheint als deren Grundgegenstand, also als der Grundmakel des sich Schämens, die Herkunft. T. schämt sich geworden, statt gemacht zu sein. Der Tatsache also, im Unterschied zu den tadellosen und bis ins letzte durchkalkulierten Produkten, sein Dasein, dem Blinden und Unkalkulierten, dem höchst altertümlichen Prozess der Zeugung und der Geburt zu verdanken. Seine Schande besteht also in seinem Natum Esser, in seiner niedrigen Geburt, die er, nicht anders als der Chronist religiöser Stifter, eben deshalb als niedrig bewertet, weil sie Geburt ist. Wenn er sich aber dieser seiner antiquierten Herkunft schämt, so natürlich, auch des mangelhaften und unentrinnbaren Ergebnisses, dieser Herkunft, seiner selbst. Übrigens war T. während der ganzen Führung stumm geblieben und erst lange, nachdem die Ausstellung hinter uns lag, hatte er seine Sprache wiedergefunden. Auch das scheint mir die Richtigkeit meiner Schamhypothese zu bekräftigen, denn wenn sich Scham überhaupt äußert, dann ja gerade durch Selbstverbergung. Jedes sich äußern, hätte der Scham jedenfalls widersprochen. 13. März Zu T.s Benehmen Prometheischer Stolz besteht in der Weigerung, irgendetwas sogar sich selbst, anderen zu schulden. Prometheischer Stolz darin, alles sogar sich selbst, ausschließlich sich selbst zu verdanken. Reste dieser, für den Selfmade Man des 19. Jahrhunderts so typischen Haltung, sind zwar auch heute noch lebendig, aber charakteristisch sind sie für uns wohl nicht mehr. Offenbar sind Attitüden und Gefühle anderer Art an deren Stelle getreten. Attitüden, die sich eben aus dem eigentümlichen Schicksal des Prometheismus ergeben haben. Denn dieser hat einen wirklich dialektischen Umschlag erfahren. Prometheus hat gewissermaßen zu triumphal gesiegt, so triumphal, dass er nun, konfrontiert mit seinem eigenen Werke, den Stolz, der ihm noch im vorigen Jahrhundert so selbstverständlich geworden war, abzutun beginnt, um ihn durch das Gefühl eigener Minderwertigkeit und Jämmerlichkeit zu ersetzen. Wer bin ich schon? fragt der Prometheus von heute. Der Hofzwerg seines eigenen Maschinenparks. Wer bin ich schon? Von dieser veränderten Folie also hat man das Begehren des heutigen Menschen, ein Selfmade Man, ein Produkt zu werden, zu sehen. Nicht deshalb, weil er nichts von ihm selbst Nichtgemachtes mehr duldete, will er sich selbst machen, sondern deshalb, weil auch er nichts Ungemachtes sein will. Nicht, weil es ihn indignierte, von anderen, Gott, Göttern der Natur, gemacht zu sein, sondern weil er überhaupt nicht gemacht ist und als Nichtgemachter allen seinen Fabrikanten unterlegen ist. 14. März Was hier vorliegt, ist offensichtlich die Variante einer klassischen Verirrung, nämlich der Vertauschung von Macher und Gemachtem. Der Ausdruck stammt aus den Confessiones. Mit ihm bezeichnet Augustin die religiöse Falschheit Katexochem, nämlich die Anbetung eines Kreatum, der Welt oder eines Weltstückes, die dem Kreator und nur diesem Gebühre oder die bildliche Vorstellung eines Gottes nach dem Ebenbilder eines solchen Kreatum. Die Entsprechung der beiden Verirrungen ist deutlich. Auch in seiner prometheischen Scham zieht der Mensch ja das Gemachte dem Macher vor. Auch hier akkordiert er ja dem Gemachten den höheren Seinsrang. Damit ist die Analogie freilich an ihrem Ende, denn die Rolle, die der Mensch spielt, ist in der prometheischen Scham total verändert. Während für Augustin der Mensch Eo Ipso den Kreaturen zugehörte, tritt er hier ja ausschließlich in seiner homo-faber Qualität auf, als das Wesen also, das seine Fabrikate fabriziert. Vertauschung von Kreator und Kreatum bedeutet hier daher, dass er die Ehre, die er seinen Dingen erweist, eigentlich sich selbst schuldet und allein sich selbst. Nicht Superbia beweist seine Verirrung also, sondern, da er sich die ihm selbst zustehende Ehre versagt, Selbstentwürdigung, wie Tee durch sein Benehmen bezeugt. In einer molussischen Legende heißt es, der molussische Schöpfergott Bamba habe sich unmittelbar, nachdem er die molussischen Gebirge geschaffen, ins Unsichtbare zurückgezogen und sei, der sich vor den Gipfeln schämte, nicht ihrer Einer zu sein, von Stund an unsichtbar geblieben. Diesem molussischen Gotte entspricht Tee. 15. März Da will Tee zwar auch sein, aber als natürlicher Sohn dazu sein, statt als legitimes Produkt, als Gezeugter, statt als Erzeugnis, als Mensch, statt als anderen Geräten ebenbürtiges, genau funktionierendes, umbaubares, reproduzierbares Gerät, das ist es, was ihn schmerzt, das, was ihn geniert und vermutlich gilt ihm das, auch wenn er diesen Ausdruck nicht verwendet, auch wenn er seine Enttäuschung überhaupt nicht in Worten Ausdruck verleiht, sogar als eine Erbsünde. Kurz in den Worten des molussischen Industrieliedes Täglich steigt aus Automaten immer schöneres Gerät. Wir nur blieben ungeraten, uns nur schuf man obsolet. Viel zu früh aus dunklem Grunde vorgeformt und abgestellt, stehen wir nun zu später Stunde ungenau in dieser Welt. Ach, im Umkreis des Genauen ziemt uns kein erhobenes Haupt, Dingen nur ist Selbstvertrauen, nur Geräten stolz erlaubt. Zweitens, drei Bedenken werden diskutiert, die prometheische Scham ist absurd, sie ist unsichtbar, sie ist trivial. die Behauptung, es existiere eine neue, bisher unbekannte Charme, Varietät oder sie sei wenigstens im Werden, begegnete, nachdem ich diese Tagebucheintragung vorgelesen hatte, folgenden drei Bedenken. Erstens, wir haben die Geräte selbst gemacht, unsere natürliche und rechtmäßige Haltung ihnen gegenüber ist daher stolz. Die Annahme, dass der Homophaber vor seinen Fabrikaten der Produzent vor seinen Produkten erröte, ist absurd. Entgegnung Diese Einwand ist rhetorisch. Die verwendeten Solidarisierungswörter wir und unser bleiben verbal. Dass wir stolz sind, ist nicht wahr. Wer ist wir? Wenn überhaupt jemand ein Recht auf ein solches wir hätte, dann allein die Minorität der Forscher, Erfinder und Experten, die die Arcana wirklich beherrschen. Aber wir, das heißt 99% der Zeitgenossen, haben die Apparate, zum Beispiel die kybernetischen, nicht gemacht. Als unsere Leistung begegnen sie uns nicht, sondern als befremdliche und eigene Produkte sind niemals befremdlich. Selbst wenn wir an ihrer Herstellung teilgenommen hätten, als deren stolze Kreatoren, würden wir uns nicht fühlen. Auch diejenigen, die die Gerät und Produkte Welt wirklich erzeugen, die Arbeiter sind ja nicht stolz auf ihr Ergebnis. Und zwar deshalb nicht, weil die Produktionsprozesse in so viele Einzelakte zerfallen, dass für stolz, sei es auf das individuelle Endprodukt, sei es auf die Gerät- und Produkte Welt als Ganze, gar keine Gelegenheit bleibt, weil kein Endprodukt verrät, dass in ihm ihre, dieser individuellen Arbeiter Qualitäten und Leistungen investiert sind. Stolz kann man aber nur auf solche Leistungen sein, die derartige Spuren tragen, die für solche Identifizierungen zur Verfügung stehen. Als Stolz-Objekt ist die Gerätewelt genau so wenig ihre wie als Eigentum. Und für diejenigen, die in den Produktionsprozess überhaupt nicht eingeschaltet sind, natürlich erst recht nicht. Nein, trotz der ungeheuren Vermehrung und Ausbreitung technischer Kenntnisse und trotz des natürlich allgemeinen Wissens, dass die Produkte nicht an Bäumen wachsen, sind diese doch für die Mehrzahl der Zeitgenossen primär nicht als Produkte da und gewiss nicht als Zeugnisse der eigenen Prometheischen Selbstherrlichkeit, sondern einfach da, und zwar primär als Waren, als nötige, wünschenswerte, überflüssige, erschwingliche oder unerschwingliche, die meine erst dann werden, wenn ich sie gekauft habe. Sie sind sogar eher Beweisstücke eigener Insuffizienz als eigener Kraft, allein schon deshalb, weil der Überfluss der ausgestellten unanschaffbaren Produkte in einem hochindustrialisierten Lande einfach überwältigend ist. Die Ladenstraße ist ja die permanente Ausstellung dessen, was man nicht hat. Was aber den Mann betrifft, der zum ersten Male mit einer arbeitenden Computingmaschinen konfrontiert ist, so liegt ihm Stolz oder Selbstherrlichkeit noch ferner. Der Zuschauer, der in den Ausruf ausbreche, Donnerwetter sind wir Kerls, dass wir das machen konnten, ist einfach ein erfundener Hanswurst. Vielmehr flüstert flüstert der Kopf schüttelnd mein Gott, was die kann, nämlich die Maschine und fühlt sich dabei in seiner kreatürlichen Haut höchst unmöglich, denn halb gruselt es ihn und halb ist er beschämt. Zweiter Einwand Das Auftreten dieser prometheischen Charme habe ich niemals beobachten können. Entgegnung Sehr wohl möglich. Direkt in flagranti ertappen lässt sie sich nur sehr selten. Zumeist muss man sie, sofern der von den Produkten Beschämte sie nicht in sich selbst feststellt, mittelbar aus Benehmensweisen erdeuten, und zwar aus folgenden Gründen, die mit dem Wesen von Charme zusammenhängen. Erstens die uns bekannteste Spielart von Charme, zum Beispiel die der Geschlechts Charme, werden zwischen Mensch und Mensch akut und werden sichtbar als Kommunikationssperrung in dieser Konfrontierung. Bei der Prometheischen Charme handelt es sich dagegen um eine im Verkehr zwischen Mensch und Ding auftretende Charme. Da der Mensch als Partner, vor dem man sich schämt, fehlt, fehlt er zumeist auch als Beobachter. Zweitens, Charme tritt überhaupt nicht auf, denn wo sie auftritt, tritt sie gerade nicht auf, sondern zurück. Der sich schämende sucht seinen Makel und sich selbst zu verbergen. Nun ist aber der sich fähig, seinen Wunsch, sich in Grund und Boden zu schämen, also vollständig zu verschwinden, restlos zu verwirklichen. Aus dieser scheiternden Charme ergeben sich zwei eigentümliche, wenn man will, dialektische Folgen, die die Unsichtbarkeit verständlich verständlich Erste Folge, da der sich schämende bleibt und da die Scham durch ihre Sichtbarkeit den Makel bloß stellt, tritt zu der ursprünglichen Scham stets eine zweite hinzu, die Scham über die Scham. Scham akkumuliert, iteratiert, also automatisch, gewissermaßen genährt durch ihre eigene Flamme und brennt umso heißer, je länger sie brennt. Zweite Folge, um dieser von Augenblick zu Augenblick unerträglicher werdenden Selbstakkumulation der Scham ein Ende zu bereiten, bedient der sich schämende sich eines Tricks, statt nämlich seinen Makel und sich selbst zu verbergen, verbirgt er nun seine Scham, ja, seinen Verbergungsgestus. Er springt in eine der Scham direkt entgegengesetzte Attitüde, zum Beispiel in die der Wurstigkeit, oder die der Unverschämtheit. Er reißt sich gewissermaßen, um sein sich schämend zu verstecken, das Hemd vom Leibe, womit er oft nicht nur denjenigen täuschen will, vor dem er sich schämt, sondern auch sich selbst. Nicht nur in individuellen, erotischen Situationen ist dieser Vorgang zu beobachten. Im heutigen Liebesleben Amerikas gibt es kein Motiv, das so machtvoll wäre, wie die Scham davor, noch als puritanisch verschämt zu gelten. Folge der Bikini. In anderen Worten, um seine Verbergungslust zu verbergen, entschließt sich der Verschämte, sich in die Ebene der normalsten Sichtbarkeit zurückzugeben. Wer sich, so kalkuliert er, nicht verbirgt, wer sichtbar bleibt, der ist ja der Scham und damit des Makels nicht verdächtig. Er benimmt sich also etwa wie es, der im Auftreten souverän genug bleibt, den Riss als nicht existent zu behandeln, wenn Scham unsichtbar bleibt, so also deshalb, weil sie durch Sichtbarkeit verborgen wird. Dritter Einwand, möglich, dass T sich geschämt hatte, aber diese prometheische Scham wäre kein aufregend neues Phänomen, vielmehr einfach das Zeichen einer altbekannten Erscheinung, nämlich Symptomen der bis zum Überdruss diskutierten Verdinglichung des Menschen. Entgegnung? Nein, sie ist Zeichen von mehr, denn was T als Schande ansieht, ist ja gerade nicht, dass er verdinglicht ist, sondern umgekehrt, und darum kommt der Ausdruck Dingscham, den ich anfangs in Betracht gezogen hatte, nicht in Frage. Das ist es nicht. Mit dieser Stellungnahme, nämlich der Scham, kein Ding zu sein, ist dabei eine neue, eine zweite Stufe in der Geschichte der Verdinglichung des Menschen erreicht, diejenige, auf der der Mensch die Überlegenheit der Dinge anerkennt, sich mit diesen gleichschaltet, seine eigene Verdinglichung bejaht, bzw. sein Nichtverdinglicht sein als Manko verwirft, oder, wenn man selbst diese Stufe schon als erstiegen unterstellt, eine dritte Stufe, diejenige, auf der dem Verdinglichten diese seine Stellungnahme, Bejahung, bzw. Verwerfung, bereits zweiten Natur, also so unmittelbar geworden ist, dass er sie nicht mehr als Urteil, sondern als Gefühl verwirklicht. Das ist ganz gewiss etwas Neues, und diese Stufe hat T. offenbar erreicht. Eingeschüchtert durch die Überlegenheit und die Übermacht der Produkte, ist er bereits in deren Lager desertiert. Nicht nur sein Blickwinkel ist nun der Ihre, nicht mit Ihren gleich geschaltet, sondern auch seine Gefühle. Er verachtet sich nun so, wie die Dinge, wenn sie es könnten, ihn verachten würden, und wenn er sich schämt, so eben dieser, wie er glaubt, wohlverdienten Verachtung. Solche Selbsterniedrigung vor Selbstgemachtem hat es seit dem Ende der Idolatrie nicht mehr gegeben. Er hat es nicht mehr zu verabschieden hat es nicht mehr zu einen en hat es nicht mehr geht die